Musik Über 40.000 gastgewerbliche Betriebe mit über einer Million Mitarbeitern geraten derzeit in Existenznöte. Diesen Menschen helfen keine Kredite, Stundungen oder warme Worte, wie wir sie eben vernommen haben, sondern maßvolle Lockerungen der Sanktionen in Kombination mit einem Hygienekonzept sowie einer Reduzierung der Umsatzsteuer auf 7 Prozent. Untertitelung des ZDF für funk, 2017